Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu Headbangers Gaming. Ich habe heute ein kleines Special für euch und zwar unter meinen YouTube Abonnenten verlose ich ein Arma 3 Alpha Light Invite. Hört sich lustig an. Ne und zwar es geht darum, wenn man die Edition gekauft hat, also die normale Alpha, wo du dann auch die Beta bekommst und das normale Spiel, bekommt man drei Invite Codes und ich verlose heute einen davon, beziehungsweise nicht heute, sondern diese Woche. Dann die Keys kommen, soweit ich das gelesen habe, am 14. März und gelten bis 18. Juni 2013. Und zwar, ich werde einen Key verlosen. Damit habt ihr Zugang, wie ihr hier seht, auf die Light Version von Alpha. Das heißt, wie ihr hier sehen könnt, da ist die Map dabei, Stratis, drei Fraktionen, acht Vehikel, bla 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 bla. Und ihr habt Excess, also Zugang zur Alpha 3, also zur Alpha von Arma 3, zu der Light Version. Das heißt, ihr könnt nicht Multiplayer spielen, aber ihr könnt mal so im Singleplayer antesten, wie gefällt euch das Gameplay, wie gefällt euch das, wie sich der Spieler verhält oder läuft es auf eurem Rechner überhaupt, denn das Game ist ja ziemlich hardwarehungrig, sage ich jetzt mal. Und ja, damit will ich euch einfach die Möglichkeit geben, das Game zu testen, ob es auf eurer Mühle läuft oder ob euch das vom Gameplay gefällt, von Bewegungen her, ob das was für euch ist oder nicht. Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst den YouTube-Channel abonniert haben und drunter ein Comment setzen, ein Comment setzen mit Ich will einen Key oder Arma 3 bockt oder was euch halt eben einfällt. Ich werde das eine Woche, in einer Woche werde ich das halt dann verlosen, denn am 14. März geht's los, jetzt haben wir noch 7. März, 22.25 Uhr habe ich gerade und ja, wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß und haut rein! Bis zum nächsten Mal!